Wieso hat mir eigentlich noch keiner erzählt, dass ich mit den Maggi Foodwell-Würzpasten meinen Geschmack ganz einfach von zu Hause aus durch die Welt reiten lassen kann? Wie wär's zum Beispiel mit dem Kurzwebler Thailand? Oder Indien? Oder vielleicht doch erst mal Japan? Mein absoluter Traum, einmal zur Kirschblütenzeit nach Japan zu reisen. Aber solange das nicht geht, hol ich mir einfach mit der Maggi Foodwell-Würzpaste für Teriyaki seinen authentischen, süßen, salzigen Geschmack direkt zu mir in die Küche. Mit natürlichen Zutaten kann ich mir so in kurzer Zeit eines meiner neuen Lieblingsgerichte zaubern. Oh Thailand, was würd ich jetzt dafür geben, einfach am Strand zu liegen und die Sonne zu genießen? So viel. Aber ich dachte erst mal mit einem frischen und leicht safen Thai-Curry, um zumindest meine Geschmacksinne verreisen lassen zu können. Oder wie wär's mit einer Geschmacksreise nach Indien? Touch me halt zum Sonnenuntergang. Gibt's was Schöneres, aber bis dahin soll ich echt nochmal an meinen Kopfkünsten arbeiten. Und wenn ihr das jetzt riechen könntet, der Geruch von Kurkuma und Kardonon liegt in meiner Nase. So schnell hab ich noch nie so ein leckeres Curry gezaubert. Also worauf wartest du noch? Lass deinen Geschmack verreisen und gönn dir eine Auszahl vom Alltag mit den Maggi Food Travel Wurzkasten.